Leute, ich hab den letzten Rang gekauft und den haben nicht mal 100 Leute. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute sind wir wieder in Ninja Legends und ja Leute, heute müssten wir den letzten Rang im Spiel erreichen. Und ja, ihr seht, wir haben wieder 700 SE in meinem Rucksack. Das hier sind meine Stats. Und ja, wir haben jetzt insgesamt über 2 SP Total Ninja Utsu und über 16.700 Minuten gespielt. Mein Tag heute sah wie Farmen aus. Und ja Leute, bevor ich außerdem hier auf diesen Verkauf, Bluff drücke und alles umsonst war, mache ich das Ganze schnell direkt am Anfang der Folge. Wir holen uns das Geld und den Rang. Auf jeden Fall, danke schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich denke mal, die Folge hier wird relativ interessant, weil wir halt den letzten Rang im Spiel freischalten. Und den haben noch nicht so viele Leute. Ich schaue mal kurz nach, wie viele Leute den Rang haben. Okay Leute, den Rang haben nicht mal 100 Leute. Und wir werden gleich einer davon sein, sehr wahrscheinlich. Den Rang haben gerade 92 Leute, Leute. So, bevor wir jetzt hier das machen, mir ist beim letzten Mal aufgefallen, wir haben hier diese Pads, die haben nur 1,4 Billionen und die haben 1,64 Billionen. Das heißt, die hier sind besser. Das heißt, wir ersetzen kurz hier diese Pads durch diese Cash Pads, weil die hier geben zwar mehr Ninja Utsu, aber die anderen geben halt mehr Geld. Und mehr Geld brauchen wir halt jetzt. So, das heißt, wir anequippen dich noch, anequippen dich noch, anequippen dich noch und anequippen dich noch. So Leute, jetzt kriegen wir noch mehr Geld. Und Leute, im letzten Video haben wir es ja nicht geschafft, auf die 1,6 QTU zu kommen. Aber jetzt werden wir es schaffen. Wir haben jetzt die Pads equipped. Wenn wir jetzt auf diese Knopf hier kommen würden, wäre alles umsonst. Aber bevor wir Leute, bevor wir jetzt das Verkaufen die Folgen sagen, bei 50.000 Abonnenten verlose ich 1 bis 2 dieser Packs hier. Natürlich, wenn wir die 50.000 Abonnenten nicht erreichen, bevor dieses Pack hier abgelaufen ist, was sehr wahrscheinlich der Fall sein wird. Dann kaufe ich natürlich das nächste oder das übernächste. Und Leute, bei 1.000 Likes verlose ich 1 dieser Trainingspacks hier. Das heißt, lasst auf jeden Fall mal ein Like da, falls euch dieses Video auch gefällt. Und abonniert auf jeden Fall auch den Kanal, um mich zu unterstützen, um uns zu den 50.000 Abos zu bringen. So Leute, jetzt werden wir nochmal ein paar Robux ausgeben. Und zwar habe ich echt lange gefahren. Nochmal, wir werden jetzt sehr wahrscheinlich über 1,6 QTU bekommen. Aber das war es mir wert, weil ich wollte nicht unter 1,6 QTU kommen. Weil ich wollte halt nicht nochmal diese Gamepässe kaufen, beziehungsweise diese Booster. Sondern kaufen wir uns jetzt hier erstmal diesen Boost hier, den 10-fach Coins Boost. Jetzt haben wir einen 100-fachen Coin Boost. Und jetzt noch Auto Sell. Und jetzt müssten wir genug Geld haben. Bam. 1,7 QTU, Leute. Das reicht auf jeden Fall aus, um uns den letzten Rang zu kaufen. Das machen wir aber gleich. Erstmal werden wir jetzt hier nochmal den Boost ausnutzen. Und einfach trainieren. Einfach trainieren, weil bis jetzt kann man immer pushen. Und ich habe außerdem gerade alle Pets, die equippt. Naja Leute, dann equippen wir mal gerade alle nochmal. Weil Leute, ich will keine Robux wegschmeißen. Weil Robux sind sehr wichtig, Leute. Robux hat nicht jeder und deshalb will ich auch keine wegschmeißen. Ich sehe auch die YouTuber, die laufen mit den Boostern rum. Machen irgendwelche Kacke mit diesen Boostern, obwohl diese Booster aktiviert sind. Und schmeißen quasi ihre Robux damit weg. Und das will ich halt eben nicht, weil ich auch weiß, dass viele von euch aber keine Robux haben. Deshalb will ich euch auch zur Verfügung stellen, halt dieses Pack hier zu gewinnen. Oder das Trainings-Pack, weil mit dem Trainings-Pack kommt ihr auf jeden Fall voran. Mit den Packs erst recht. Mir fällt gerade auf, ich könnte eigentlich jetzt schon einen neuen Rang kaufen. Und okay, ich werde jetzt noch drei Minuten hier durchschlagen. Beziehungsweise vier Minuten. Und dann werde ich mir einen neuen Rang, damit wir schneller den Fighting-Steel bekommen, Leute. Also bis in zehn Sekunden. Okay, Leute. Der Boos geht jetzt noch zehn Minuten und 30 Sekunden. Das werden wir jetzt eben ausnutzen. Wir drücken mal kurz hier auf Sell, damit wir schnell hier hinkommen. Um uns halt den neuen Rang zu kaufen und dann direkt auf das beste Fighting zu kommen. Ich werde euch gleich zeigen, was ich meine, Leute. Bevor wir uns aber den Rang kaufen. Ich verlose vier dieser Pets hier in den Kommentaren. Das heißt, falls du vielleicht eins davon gewinnen möchtest, dann schreib doch einen netten Kommentar mit einem Roblox-Namen. Abonniere den Kanal, aktive die Glocke und like dieses Video. Wenn du willst, kannst du auch noch mal im Discord-Server joinen. Oder auch meiner Roblox-Gruppe. Aber zur Roblox-Gruppe komme ich vielleicht gleich noch. Aber erstmal, Leute, kaufen wir jetzt den neuen Rang. Und zwar der letzte Rang im Spiel. Der Infinity Legend. Mit einem 64-Millionen-fachen Multiplikator. Ich gucke noch mal gerade nach. Leute, ihr seht hier, acht Leute haben den gestern bekommen. Und 92 Leute haben den komplett auf der ganzen Welt. Und Ninja Legends hat mehr als 10 Millionen Spieler. Und ja, es ist 0.0% möglich, ihn zu bekommen. Aber bei dem hier, den wir gerade haben, auch. Und bei dem hier auch. Und bei dem hier auch. Und wir haben die alle, Leute. Und jetzt kriegen wir auch noch diesen Rang. Es ist impossible. Das steht für unmöglich. Bevor wir uns den Rang jetzt hier noch holen. Ich will noch mal kurz gucken, ob ich jetzt hier noch irgendwo auf dem Liederbord drauf bin. Weil ich habe jetzt ja ein bisschen Geld. Und ja, tatsächlich. Ich müsste jetzt hier drauf sein. Irgendwo hier so um den Dreh. Da bin ich, Leute, auf Platz 64. Und, oh, da ist der Cookie Boy, YouTube. Oh, das ist ein Kollege von mir. Nice, nice, Leute. Er hat den Rang anscheinend ganz knapp auch schon bekommen. Ich habe ihn auch schon. Und ja, Leute. Mein Tag sah wie folgt aus. Und zwar, ich habe meinen Laptop, während ich in der Schule war, halt einfach laufen lassen. Damit ich halt farme. Und so kam auch die 700 SE zustande. Aber ich hatte, als nach Hause kamen nur 500 SE. Und ich dachte, okay, Leute, ich riskiere das jetzt nicht. Ich gebe dafür jetzt keine Robux aus. Oh, Leute, hier sind wir jetzt auch auf Platz 95. Ich gebe dafür jetzt keine Robux aus, falls ich jetzt, also falls ich nicht genug Geld habe. Deshalb bin ich einfach schlafen gegangen nach der Schule, Leute. Ich habe meinen PC laufen lassen. Und habe dann noch das restliche Ninjutsu gefarmt. Und jetzt habe ich definitiv genug Geld, um mir den Rang hier zu kaufen. Der hat normalerweise einen 8-Millionen-fachen Multiplikator. Aber wegen den ganzen Elementen haben wir einen 64-Millionen-fachen, Leute. Kaufen wir den ganzen Rang jetzt. Infinity Legend Rang kaufen in 3, 2, 1. BAM! Wir sind der letzte Rang im Spiel, Leute. Und, oh mein Gott, wir sind einer von 100, die den Rang einfach... Das Update kam am Samstag und wir haben... Wir sind jetzt einer von 100. Normalerweise kann man einer von 100 werden. Wenn das Update zum Beispiel jetzt am selben Tag, dann kann man einer von 100 werden normalerweise. Aber dieser Rang war so krass, Leute, dass ihn gerade mal nur 100 Leute haben. Und wir haben einen Double Jump. Zum Glück habe ich durch euch diesen Game Pass hier, den Permanent Island Unlock. Und deshalb konnte ich direkt hier hochlaufen. Kaufen wir uns mal direkt hier die Schwerter... Ne, wir brauchen erstmal Geld. Kaufen wir uns direkt hier die ganzen Schwerter. Die Bates brauchen wir nicht, weil wir haben den Infinity Belt. Wir haben auch Auto Cell. Das heißt, wir können eigentlich hier stehen bleiben. Wir können eigentlich kurz hier rein. Zack, so kaufen wir die Sprünge. Haben wir jetzt genug Sprünge? Ja, tatsächlich. Wir haben fast alle. So, Leute. Jetzt öffnen wir hier diesen Shop. Schlagen hier. Und jetzt können wir nämlich sogar, weil wir Auto Cell haben und automatisch alles verkaufen... Können wir schon mal da hinten hinspringen und die ganze Zeit hier einfach kaufen. Ich scrolle mal hier runter. Okay, ich scrolle mal so runter. So. Die ganze Zeit schlagen, schlagen, schlagen und auch ganz verkaufen. Leute, mein Tag war echt... Ich bin von der Schule nach Hause gekommen. Hatte halt noch nicht genug Geld, weil ich dachte so, okay, riskiere ich jetzt oder riskiere ich nicht? Ich hatte 500 SE. Hab mich dann einfach noch für zwei Stunden hingelegt. Und dann hat es auf jeden Fall gereicht. Wir sind sogar auf dem Leaderboard. Auf zwei Leaderboards sogar. Und haben den letzten Rang. Und das ist echt nice, Leute. So, wir haben jetzt fast auch schon wieder das letzte Fighting-Stil. Und... Beziehungsweise das letzte Schwert. Und das war gerade eine Menge. Oh Gott, okay. Wir haben fast jetzt das letzte. Schlagen wir, schlagen wir nochmal. Und wir haben alles, Leute. Wir sind maxed. Wir sind maxed out in diesem Spiel hier. Das hier sind unsere Pads. Wir haben halt ein Pack. Wir drücken wieder auf Sell, um hier schnell hinzukommen. So, jetzt müsste ich eigentlich den Booster noch gerade ausnutzen. Weil, ja. Muss ich halt machen, weil ich würde nichts wegschmeißen. Das heißt, bis in sechs Minuten. Beziehungsweise ihr seht, dass in ein paar Sekunden runtergerattert. Okay, Leute. Der Booster geht noch eine Minute. Und... Ähm... Ja, ich dachte mal, okay. Jetzt kann ich mal langsam hier euch die ganzen Sachen vom Rang zeigen. Weil wir haben gerade gefarmt. Na, Leute. Ich habe gerade gemerkt, bevor ich euch jetzt hier irgendwas zeige. Leute. Während ich AFK war, äh... Habe ich mal ein paar Kommentare von euch gelesen. Und habe auch das hier gesehen. Äh... Natürlich, alle nette Kommentare, Leute. Ihr seid die beste Community. Wir sind gerade so hart am Wachsen. Danke auf jeden Fall dafür. Ich habe die Kommentare gelesen. Alle nett. Kein... Fast kein Hate dabei. Nur nette Kommentare. Nur hilfreiche Kommentare. Nur Kommentare, die mich aufmuntern. Und dann gehe ich euch da hin. Und dann sehe ich das hier, Leute. Wir sind noch zwei Abonnenten von 47.000. Und das werde ich mit in die Aufnahme reinpacken. Das heißt, ich schiebe mir das jetzt hier gleich auf einen zweiten Bildschirm. Und sage euch dann, wenn es soweit ist. Ähm... Hervor aber, Leute. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal in eine Roblox-Gruppe beiziehen. Link ist in der Videobeschreibung. Da drückt ihr einfach hier auf den Join-Knopf. Der ist bei euch. Das ist komplett kostenlos. Falls ihr einen Roblox-Account habt, könnt ihr da einfach beitreten. Und was noch cooler wäre, wenn ihr hier in den Store schaut. Und im Store könnt ihr halt hier coole T-Shirts oder Hosen. Oder auch das Donate Big oder das Donate Shirt holen. Wenn ihr eben das hier holt, kriegt ihr die Donator oder die Donator Big Rolle. Und dann könnt ihr hier sogar mit mir im Chat schreiben. Ihr seht, ich antworte hier auch. Ähm... Und da werde ich gleich wieder antworten. Also, falls ihr euch das holt, könnt ihr mit mir sogar in gewissen Maßen kommunizieren. Oder falls ihr euch hier so ein Design holt. Die sehen ziemlich cool aus meiner Meinung nach. Ich blende sie euch mal kurz hier ein. So, Leute. Hier, ihr seht, wir haben das hier. Das ziehe ich mir jetzt hier rüber auf meinen anderen Bildschirm. Und wieder ins Spiel rein. Äh, machen wir hier kurz die Duelle aus. Und, ähm... Zwei Abonnenten noch mal schauen, schaffen wir es in dieser Folge. Ich werde es auf jeden Fall reinschneiden. Egal, wie lange es dauern wird. Ähm... Gehen wir hier hoch, Leute. Hier würden wir jetzt... Okay. Immer noch genauso viel Qi bekommen. Ist aber auch klar. An den Qi hat sich ja nichts verändert mit unserem 64-Millionen-fachen Multiplikator. Ähm... Gehen wir jetzt aber hier hin. Und hier müsste sich was verändert haben an der Diamantenkiste. Hier müssten wir eigentlich jetzt mehr bekommen. Und wir bekommen 80 Millionen Diamanten. Und damit haben wir auch fast die eine Billionen. Oder beziehungsweise eine Milliarde in Deutsch. Diamanten geknackt. Gehen wir mal hier zur Karma-Kiste. Da müssten wir jetzt eigentlich 80.000 oder so rausbekommen. Oder vielleicht sogar 800.000. Das ist ja hier immer noch ein Anzeigefehler. So, hier steht 8.000. Aber ihr seht ja, wir haben jetzt gerade 6,5 Millionen. Und jetzt haben wir 7,3 Millionen. Das heißt, es waren jetzt 800.000 minus Karma. Und das ist schon echt eine Menge. Also, da ist dieses, ähm, Karma-Darkskill-Ding hier. Das hier ist komplett, komplett easy. Weil ihr seht, Leute, für das Letzte braucht man einfach nur minus 20.000 Karma. Und wir haben gerade mit einer Kiste minus 800.000 bekommen. Also, wie gesagt, hier bin ich drauf auf Platz 95. Und hier bin ich auch drauf auf Platz... Wo bin ich hier? Irgendwo bin ich hier. Irgendwo bin ich hier. Da bin ich auf Platz 63. Cool. Wir waren mal auf Platz 10. Das war auch ziemlich cool. Ähm. Warte, wir haben einfach den letzten Rang im Spiel. Wir haben alles, was man haben kann. Wir sind maxed out. Infinite Legend, Leute. Das sieht so schön aus. Das sieht so schön aus. Ah, ja, 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 Leute. Oh mein Gott. Das sieht echt... Dann haben wir den Rang. Da ich nicht hochspringen musste, musste ich ja auch nicht hochspringen. Und die Folge noch ein bisschen ziehen. Das heißt, ich werde jetzt an der Stelle die Folge beenden. Aber ich werde hier noch kurz warten, bis ich die 47.000 Abonnenten voll gemacht habe. Weil das ist echt ein cooler Meilenstein, sag ich mal. Also, jede 1.000 ist immer cool. Ähm, das heißt, würde ich an der Stelle jetzt sagen, hau dir rein, Leute. Das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schreibt in den netten Kommentar, um mit eurem Roblox-Namen vielleicht eins von diesen Dingern hier zu gewinnen. Ähm, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um mich zu unterstützen. Und dann würde ich sagen, wartet ihr noch, weil jetzt kommen noch die Live-Reaction, sag ich mal. Aber ich würde sagen, hau dir rein und ciao, Leute. Leute, wir haben's geschafft. Wir haben's, wir haben gerade zwei Abonnenten auf einmal dazu bekommen. Ihr seht's, Leute, hier unten. Bam, zack, zwei auf einmal. Oh mein Gott, 47.000. Nice. Danke schön dafür, Leute. Ihr seid die besten. Ihr seid die beste Community auf komplett YouTube. Meiner Meinung nach. Dann haut's wirklich rein. Und danke. Ciao. Ciao.